Ich hoffe, du warst böse. So, bist du bereit? Ja. Und? Oh mein Gott. Böse. Es ist so gut geworden. Bist du zufrieden? Ja. Aber vielleicht können wir es noch ein bisschen böser machen. Setz dich mal hin. Ja, Ted, die beiden sind echt crazy drauf. Das sind zwei beste Freundinnen. Die haben anscheinend faustig hinter den Ohren. Ja, was geht da ab, Luise? Sie hat so eine kleine Lektion mal verdient. Ach so. Ja. Hätte sie auch schlimmer treffen können. Aber ich habe mich noch beherrscht. Ja, da bin ich gespannt jetzt gleich. Hast du so was schon mal gestochen? So was? Ey, Alter, so was? Okay, wenn der das schon sagt. Bist nervös? Ja. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir von drei runter. Alter. Alle zusammen. Mhm. Drei. Zwei. Eins. Bäm. Nein. Alter. Alter, jawoll. Alter. Hast du dir das so vorgestellt? Äh, ja, also hat auf jeden Fall meine Vorstellung übertroffen, ja. Übertroffen? Ja. Aber würde ich auch sagen. Elena gewinnt unser Battle echt oft, aber heute hat sie keine Chance. Das ist schon so geisteskrank, dass du mit deiner Freundin sowas antun kannst. Ja? Ja. Du fragst dich. Super. Hammermäßig. Ja. Das ist die komplette Zerstörung. Ja. Ehrlich. Das ist Denkzell XXXXXXL. Ja. Hammermäßig, ey. Ja. Ja.